Das ist ein wunderschönes Faktor! Ja, das ist ein tolles Faktor zurück in Philippe! Es gibt noch keinen Nachfolgespieler. Sehr, sehr viele spekulieren, dass Tommy dahin geht. Tommy hat jedoch gestern auf Twitter geschrieben, dass er mit dem Drop an sich nichts zu tun hat. Also dass er jetzt nicht einen von Epsilon angeschrieben hat und sich quasi angeboten hat, da er ja Free Agent ist und auf der Suche ist. Und bei einem A-Team, beim Team Ryzenation, solltet ihr das vielleicht auch kennen, auch in der MLG Pro League drinnen, wurde Weeds gedroppt. Und es gibt, glaube ich, soviel ich weiß auch noch keinen Nachfolger, habe ich zumindest noch nichts mitbekommen. Sobald es Nachfolger gibt, werben wir das natürlich mit mir. Ich werde es dann auf Facebook posten, auf meinem eigenen Account, auf meinem Twitter-Account. Und eventuell mache ich auch ein Video darüber, beziehungsweise informiere euch im nächsten Infovideo darüber. Und das war's dann auch schon, würde ich sagen. Bis dann, ciao, servus, euer Chefs.